Hallöchen! Neuer Erfolgsguide und diesmal sind wir bei Durumu mit dem unfassbar langen Erfolgsnamen. Du hast doch gesagt, das kreuzende Strom ist ja schlecht und wie das geht, das gucken wir jetzt gleich mal an. Eigentlich sind bei dem Erfolg nur die Lichtspektrenphasen von Bedeutung, denn wenn man mal darauf achtet, neben diesen aufleuchtenden Ads, blau oder rot, erscheint auch noch so ein weißer Ring und genau den brauchen wir für den Erfolg. Den mag den nämlich am besten, damit alle wissen, wo der ist. Dann müssen alle Spieler, die so einen Strahl abgekommen haben, egal ob gelb, blau oder rot, laufen dahin und zwar so, dass quasi alle Strahlen übereinander sind. Wenn das geklappt hat, dann erscheint eines der drei Ads, die da gefordert werden. Das heißt, ihr braucht drei Lichtspektrenphasen, in denen ihr jeweils einmal zusammenlaufen müsst mit den Strahlen über diesem weißen Kreis. Da erscheinen zwar random diese Ads, die ihr da braucht, aber die doppeln sich nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal das Grüne hattet, kommt das nicht nochmal, sondern es ist schon gewährleistet, dass ihr nach drei Phasen, wenn ihr das so gemacht habt, wie ich euch das gerade erklärt habe, dann habt ihr alle einmal aufgedeckt. Wundert euch nicht, die sind nicht anvisierbar oder so, die könnt ihr nicht besiegen. Das reicht, wenn ihr die aufdeckt. Ihr müsst übrigens auch nicht den Boss danach legen. Das heißt, sobald ihr alle drei einmal aufgedeckt habt, habt ihr den Erfolg. Ihr könnt euch danach hinlegen oder halt den Boss zu Ende machen, wie ihr wollt. An für sich nicht schwer, ein bisschen Absprache hilft ja wahrscheinlich, weil man kann sich nicht aussuchen, wer die Strahlen kriegt. Das ist ja random, aber das sollte eigentlich hinhauen. Und wie gesagt, man muss den Boss danach nicht legen. Das heißt, ihr könnt euch voll darauf konzentrieren, in diesen Phasen zusammenzulaufen. Sobald ihr die alle einmal hattet, dann habt ihr den Erfolg. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Guide.